Boah Leute, ihr glaubt nicht wie glatt das ist oder vielleicht doch alle. Bei uns schneit es so wenig. Letztes Jahr hat es glaube ich so gut wie gar nicht geschneit. Ich öppel hier her. Das ist richtig scheißen glatt. Guckt euch diese winterliche Pracht an. Ich glaube das wird ein geiles Video. Weißt du, das ist nochmal so off-topic, so nicht Motorrad fahren, sondern jetzt fahren wir einfach mal im Auto. Ich habe mir auch schon so eine GoPro Halterung für den Kopf geholt, die habe ich aber jetzt noch nicht mit, deswegen muss ich das noch so machen, sonst hätten wir so einen richtig geilen Autovlog machen können. Da sind Nico die Spasteln und so. Ich weiß jetzt schon, wenn ich rauskomme. Guckt, da fliegt schon der Schneeball, Alter. Cut, time out. Time out, was ein Wichser, ey. Scheiße. Überhol den mal. Ich habe mich, ich habe mich, ich habe mich. Jetzt, da ist unser Driftcar. Oh, Junge, das ist auch so hässlich am Schneiden. Das sieht einfach übel geil aus. Das ist richtig smooth, warte. Oh, shit, was eine Aufnahme, Nico. Wuhu. Junge, ich bin ja auch schon so am Rutschen, ey. Scheiße, er mit seinem, er mit seinem Tee, Alter. Mit seinem Tee 2 oder was das ist, Junge. Wuhu. Boah, das ist so, das ist so am Schneiden, ne. Du kannst sie gar nicht gescheit filmen, ich habe mir auch schon eine Scheiße aufgenommen. Da ist Carina. Nico, Nico will deine scheiß hässliche Fresse ja nicht zeigen. Boah, du musst dich schon gegen den Schnee stellen, sonst kriegst du die Scheiße voll in die Fresse. Ey, ist er am Driften. Das ist aber auch ein bisschen ungewohnt, so zu reden, Nico. So, wir gehen da jetzt mal hin. Oh, Schnee, Schnee. Statt mein Handy wasserlich ist. Oh. Nico, jetzt glaubst du, dass ich gerade versuche. Drift. So, Leute, jetzt seht ihr den licken U-Turn von Nils, dem Meister. In seinem 1er BMW. U-Turn, uh, jetzt weiter. Oh, der hat so eine Schöpfung, der war übel geil. So gehört sich das. Boah, dass es bei uns mal so schneit, ist auch krass. Letztes Jahr hat er, glaube ich, nicht einmal so viel geschneit wie jetzt. Nicht einmal. So, Jungs, ich lasse mich wieder vor. Nein, Nico, der kommt jetzt nicht. Alter, Digga. Guck dir Nikos Witze von hinten an, Alter. Junge, du bist ein richtiger Schneemann, ey. Leicht, 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 langsamer, bevor ich dir alles übereihe. Oh, na ja, ey, ja. Oh, Nico. Ey, wenn das schon so anfängt, ne? Und das ist der Nico, der Nico View. Nico, du könntest Drifter werden, professioneller. Professional Drifter. Hä, wo kommt denn der Rote jetzt her, da? Der ist gerade auch auf den Hof gekommen. Und ein Rot, man. Was ist das? Du seht, oder? Ui, ja. Mehr davon, mehr davon, mehr davon. Nein, nein, nein. Die sucht es auch geil. Also, Nils ist gerade einer im Rauch und Nico klaut jetzt das Auto. 3, 2, 1, go. Und Nils wird richtig hart auslassen. Wo ist denn Nils? Nee, Mann. Er realisiert es. Hä? Hä, der ist doch kalt. Der ist doch kalt. Der ist aufgekürzt. Guck mal, liegt der Schnee auf der Motorhaube. Wie du gesagt hast, der ist kalt. Wir klauen ein Auto. Komm, sie rein, komm, sie rein. Guck mal, wie hoch der Schnee ist. Also, puh. So lang wie mein kleiner Finger. Warte, warte, wir nehmen jetzt die Ballen. Ich steck ihn dir Nico zu. Wann ist die, oh Gott, ich mach das jetzt oder oh Gott, ich mach das jetzt. Ah, Nico! Deine ganze Fresse voll. Schneebesche. Oh, no. Wer hat dir was gemacht? Scheiße, Alter, Mann, Alter. Jetzt alles voller Schnee. Du. Du bist angefangen. Du hast angefangen. Nein, du. Dominik ist richtig am Durchdrehen vorne. Gerade so, gerade so. Wenn der einmal... Guck mal, Nils wieder hochkommt. Jawoll. Jungs, komm doch. Da kommen sie, da kommen sie. Ja, da sitzt... Jawollo, jawollo. Einsteigen, Mitte, einsteigen. Also, du hättest doch einfach hier drehen können. Das wäre, glaube ich... Ein Problem, wir wollten uns gerade eigentlich verabschieden. Aber jetzt fangen die an, sich mit Schnee zu werfen. Ja, das kommt Schnee. Attacke. Aber nehmen wir uns jetzt auch mal hier so ein. Und auf Nico. Pass auf. Nein. Nico, komm, Nico, komm. Nein. Nein. Ich habe es gerade noch so geschafft. So, Leute, wir machen jetzt Feierabend hier. Wir haben auch nicht gedriftet. Jetzt gerade noch eine kleine Schneeballschacht. Mal gucken, was da so zusammengekommen ist. Ähm... Alter, ziehe ich euch das mal rein hier, wie beißt das alles. Das ist richtig heftig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und meine hässliche Fratze. Und, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und... Daumen nach oben, genau. Schreibt einen Kommentar. Und... Da ist mal wieder seit langem ein Video mit Carina. Und bald gibt es auch, wenn die neue Insel in der Leitung da ist. Gibt es richtig. Machen wir Livestreams. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.